Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch und willkommen zu Vampire The Best Great Bloodlines zum hoffentlich letzten Mal heute. Also, ne? Toi, toi, toi. Wir schaffen das. Wir sind schon im letzten Gebiet, hoffe ich doch. Moment, ich mach mal ein bisschen. Ich wieder Katzencam hier an, oder was? Ähm, Kamera. Kannst du dich bitte automatisch optimieren. Das ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Ja, ähm, also ich hoffe, dass das jetzt quasi der letzte Bereich ist. Wir müssen uns einmal komplett durchschnörgeln. Dann ist nämlich nur noch der Prinz quasi übrig. Und der möchte doch auch noch sterben. Moment. Ah. Haare. So. Millimeter. Okay. Genau. Wir sind schon bereit. Äh, ich hoffe nicht zum Schießen. Ich würde mir gern wieder ein paar Leute wegsnacken hier. Mein Ohr juckt aber, glaube ich, mehr als meiner, meiner Haare, die irgendwo festhängen. Ich werde heute nicht fertig. Jetzt aber wirklich. So, ähm. Ähm, hoffentlich nicht aus Versehen schießen hier. Der erste Versuch hat schon mal, äh, nicht so gut geklappt mit dem nach oben kommen. Na, was brauche ich denn, äh, 10. 10, 10, 10, 10. Ja, bisher kamen wir ja nie wirklich zu der Gelegenheit, mal ein bisschen uns hier umzusehen noch in dem Tower. Oh, hat auch seinen Grund. Der möchte, dass wir ihn essen. Und irgendeiner pfeift da noch so glücklich. Och, der tut mir ja schon, na, bald, bald ist auch sein Untergang nah. Ganz leicht wird man ihn pfeifen. Schon fast piepen. Da geht einer. Wie ihr uns nicht sieht. Hallo, Sir. Oh. Hallo, ich brauche noch ein bisschen Blut. Ich dachte erst ganz kurz, das Spiel würde lecken, aber ich glaube, der hat einfach nur viel Blut. Und alles ist gut. Hallo, Lexi. No, räusper, räusper. So. Ja. Ja. Ach, Mann. Ja, ich verteile wieder Knutfracken. Ich muss auch mal die Waffe noch mal ändern. Das nervt hier. Wieso das Ding hält. Viel besser, oder? Ich komme aus dem Modus raus. Ist ja gut. Ja, ich habe mich jetzt erst mal ein bisschen wieder aufgefrischt. mit Blut befüllt. Gut, die sind die Nächsten. Ich renne jetzt einfach mal eine Runde rum. Ich schätze, ich suche schon wieder mal einen Schlüssel. Und genau, ich denke wirklich, ich sollte fertig werden. Weil das hier quasi die letzte Quest ist und ich gehe davon aus, dass wir dann hier, oh, oh, hallo. Nein, niemand da? Ist aber gut. Ich gehe eigentlich davon aus, dass wir halt noch irgendwie zu ihm kommen müssen, zu dem Prinzen. Dann töten wir ihn und dann ist mehr oder weniger, ja, Ende. Also, ich weiß nicht, was da noch so groß kommen soll, aber das wird es dann sein. Schnüff. Also, ich fand es schon echt interessant. Ah, okay, durch die Tür kam ich, glaube ich, gerade nicht durch. Ist das mit dem Schlüssel aber schon wieder hinfällig? Du Dika. Ah, nicht aufstehen, wenn die hier so rumrennen. Na komm, kommen sie mal ran. Na, und ich werde auch das, das, ähm, das Bestrafungsspiel werde ich auch von vorne anfangen. Das waren eigentlich nur zwei Stunden, was ich noch auf YouTube gefunden hatte, was ich schon mal angefangen hatte. Es sollte, sollte machbar sein. Dann komme ich nochmal ins Spiel rein, auf jeden Fall. Und, ach. Hm, das freu ich mich. Oh! Ach, hier geht's hoch. Ah, gut. Okay, ich will ja nach oben, ne? Ich lass die, glaube ich, da mal in Ruhe. Ich geh doch mal gucken. Irgendeiner pfeift mir viel zu glücklich hier. Äh, ich war das nicht? Hey, wer da ist doch keiner? Da ist doch keiner. Ich hab jetzt eben nur zwei Stunden waren. Genau. Also, ich denk mal, dass das nur die zwei Stunden waren. Ähm, kann sein, dass ich vielleicht eine halbe Stunde oder sowas rausgeschnitten hat, weil ich weiß noch, dass ich am Ende wirklich sehr lange auch gefailt habe. Also, weil ich mit dem Kampf überhaupt nicht klar war, irgendwie über Schritt zu Schritt, ach, für Schritt, für Schritt, zu verstehen, was man machen musste, das fand ich hart. Ja, also, also, ja, mhm, das wird dann mir eh nicht wieder gehen. Ich weiß jetzt echt gar nicht mehr, was das jetzt eigentlich war, was ich da machen musste. Ich weiß noch, ich musste mich immer unter irgendwelchen Sachen verstecken und der hat mich richtig schnell erwischt. Das war irgendwie so ein großes Baggerding. P1, P2, ich will doch gar nicht parken. Moment, hinten nochmal gucken. Ja, also, das wird auf jeden Fall, ja, witzig, witzig zum Zusehen. Schrecklich für mich zum Spielen. Na gut. Na halt nicht. Ich glaub, ich hatte echt gern einen Charakter, der richtig gut im Schlösser aufschließen ist. Und auch noch im Schießen. Hätte ich das vorher gewusst, ne? Aber die Olle kann nicht höher. Das ist keine Parking-Anlage hier. Was ist denn das? Das ist mehr so wie Zellen, finde ich schon. Hallo. Oh, das Licht. Was hat man nicht, dass ich auf den Dinger in deiner Mitte hochspringen kann? Bestimmt nicht, oder? Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Ja, fucker. Das sieht genauso danach aus. Spring hier bitte hoch. Oh, ich warte mal. Ah, zu früh bewegt hier. Man muss wirklich direkt dahinter stehen. Ansonsten kann man die nicht von der Seite umbringen. Das funktioniert nicht. Oh, mein Gott. Okay. National Security oder was sitzt hier los? Ich habe mich an das Kindergesetz gehalten. Keine Ahnung. Was wollen sie von mir? Wenn ich jetzt trotzdem alles selbst weghauen kann, ist es mir egal. Okay. Die Waffe wieder, die habe ich ja irgendwann mal weggegeben. Kann ich eh nicht wirklich benutzen. Chris, Platz da. Jetzt komme ich. Jo, ich nehme dir mal hier einen Plätzchen und setze dich hin. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ach, 30 Monate. Kommt es nur mir so vor, da habe ich das Gefühl, dass jedes Mal, also jedes zweite, dritte Mal, ich irgendwie hier in deinen Sub gekomme. Ich weiß nicht, aber es ist so ein Gefühl hier. Ich finde es gut. Oh, oh, Tür? Geht wieder nicht? Weh. Weh. Weh, 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 weh. Und wie geht es dir so? Bist du noch auf Arbeit? Oder du noch am Testen? Kommt es mir so vor, da wird es immer mehr. Komisch, oder? Ich glaube auch. Ich glaube, es wird sehr viel mehr. Exit wird es nicht sein. Nee, das war doch... Ich muss hochspringen. Ich muss hochspringen. Das war die andere Tür, die ich zuallererst von der anderen Seite probiert hatte. Gucken. Bis Sonntag frei. Maschinenbau. Hat zu wie ein Corona. Ja, das ist doch nett. Ich hoffe, bezahlt frei wenigstens. Oh, 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 oh. Au. Ich sehe die Leute nicht mehr. Wollen wir schießen die denn? das finde ich nicht in ordnung nicht mit folgen gesagt im richtigen urlaub mal gucken ob ich im hocken springen kann ich möchte bitte hoch ups 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 guck mal hier so ein arsch so ein arsch will nicht runterfallen kommen da nicht hoch und zu klein kann ich war sein dass mich da runtergefallen ich bin so gut im springen kein spiel der welt kann mich noch aufhalten was hat der eigentlich für ein krasses privates sicherheitssystem hier ich finde das nicht in ordnung ich muss nur den ganzen blöden drecks jobs für ihn machen und der hat hier quasi eine armee die für ihn arbeitet die ihn beschützt so ein paar söldner hier keine ahnung alles muss ich selber machen und dann auf einmal kommen so viele von den krassen boys stört die hat auch nicht nur das mal einer nach dem anderen ausgeschaltet wird hier ist normal und dass er noch die waffe ist okay was lernen wir wieder bloß nicht aufstehen alles im hocken erleiden was ist das für eine magische röhre das ist ja wirklich sehr magisch führt ihn ja auf die straße wo bin ich hier ich dachte ich müsste irgendwie da hinten aber gut okay was auch immer keine ahnung wo ich gerade bin ob ich hier sein möchte ich gehe mal davon aus ja achso es ist plastik nehme ich mal an ich bin hier gut im licht das gefällt mir nicht da stehen aber viele ja also meine hoffnung ist dass ich es heute durchschaffe ich habe ja bei den blöden chinesischen vampiren schon sehr sehr lang gebraucht es war halt auch sehr verwirrend aufgebaut und dann hätte ich einfach runter springen müssen ja ich bin jetzt aufgeteilt es sieht aber ich merkwürdig aus wer flüstert denn hier auch so komisch er war das wohl flüstert hat aufgehört das ist der primz oder äh aber wir können darüber sprechen ähm ich hole dich mir schon noch was dominated guard ach so er ist in dem in dem guard drinnen mit ein bisschen sprengstoff was ist denn da noch ah steht den einen hätte ich vielleicht vorher töten sollen was naja astro light hätte ich mal wieder ein bisschen musik hier ach guckt mal fahrstühle können wir damit da hin oder abschutten bis nach oben oh nein jetzt kann man mich suchen und habe mich nicht gefunden tschüss ich habe es ja vorhin schon gesehen als ich in den raum rein bin ah nicht weg springen vom rand bitte so drauf so drauf schon sind wir oben es läuft doch eigentlich ganz gut gerade den kann man immer noch nicht fahren hm gehen wir lang ja also ich will wirklich äh fertig werden damit ich will damit abschließen zumindest sagt das der streamtitel also ich behaupte mal dass ich es schaffe also das was ich halt nachgeguckt hatte war halt ähm wie die quests heißen und das müsste jetzt eigentlich die letzte sein ich weiß nicht wie ich da rüber kommen soll ich weiß nicht wie ich da rüber kommen soll ich könnte ja mich aufsitzen aber ich habe Angst dass der typ mich da wiederfindet au ich bin zu klein ich wusste es ich bin zu klein ich bin zu klein aber ich bin zu klein bei den Der Typ im Hintergrund guckt weg. Ich war es nicht. Was ist denn, was passiert? Oh, ich muss auf das Licht aufpassen. Na? Aber da liegt er doch gar nicht. Du suchst an den völlig falschen Orten. Er leckt schon wieder ein bisschen hier gerade. Och, dann drehe ich doch nicht um. Mann. Was kann ich damit machen? Habe ich mir das am Ende ins Gesicht? Geht es wieder runter? Hm. Also ich gehe davon aus, dass wir mindestens eine Stunde hier einfach durch das ganze Gebäude schlendern. Mindestens. Na, mal abwarten, so 19, 30. Ob ich dann schon in irgendeinem Kampf festhänge oder nicht. Failed. Vielleicht wäre das ein alternativer Aufgang gewesen. Ich habe halt überhaupt keine Ahnung mehr, wo ich jetzt genau war, wo ich hin kann. Das wird noch witzig. Das wird noch richtig witzig. Funktioniert hier irgendeiner von den Fahrstühlen. Weil ich glaube, einen hatten wir kaputt gemacht. Ich kann aber auch keine rufen. Muss ich zurück? Muss ich das Zeug irgendwo benutzen? Bringen die einen Schlüssel zurück und kümmere dich um ihn. Ja, okay. Warum die wir sich gekümmert haben. Hm. Zeit genug für die anderen. Sich zu infizieren, ja? Oder dass für den Rest da noch übrig ist. Komm nicht hoch. Na, also, ich habe es halt irgendwie auch kommen sehen, ne? Hast du ja auch gemeint, wieso wir die immer miteinander kuscheln. Ja, war wirklich nur noch eine Frage der Zeit. Ich glaube, ich müsste wieder zurück, oder? Hat es da gerade geblitzt draußen? Moment. Oh, richtig schöne Wettereffekte. Also, ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht irgendwie vielleicht noch ein... Also, man könnte halt super an dieses Spiel auch irgendwie so eine Art Tag-Nacht-Zyklus einbauen. Und man hat dann halt ein bisschen zu gucken am Tag, wo man sich vielleicht fortbewegt. Dass man sich eben irgendwelche Leute holt, die man kontrolliert. Oder sonst irgendwie ein bisschen in Deckung bleibt. Hallo, Njeka. Ab meinem Lörk. Okay, der viel Speischen im Lörk. Was auch immer, du machst. Mach das heimlich. So wie ich hier. Au. Mach die Tür zu. Snack. Oh, ich muss mal wieder was trinken. Nicht die trinken sollen. Hups, hups, hups. Hupsi, hups. Aber war hier nicht noch eine andere Tür? Oder habe ich die schon wieder... Na doch, 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 doch. Ich glaube... Genau. Da können wir noch rein. Da rennen auch noch die nächsten rum. Können wir gleich wieder was trinken? Trinken. Denn... Hey, aber da rennen wir aber schon wieder was zu viele rum. Oder ist das nur der eine, der schnell rennt? Ich bin mir halt wirklich nicht sicher, ob mein Spiel irgendwie ein bisschen kaputt ist. Sei es nicht hier mit Stealth. Also, ne, schleichen drei. So gut. Ich muss ihn trinken. So gut vorbeikomme, es ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Kommt doch bestimmt noch einer, oder? Knockpicking. Failed. Oh, ich komme hier überall nicht durch. Wie soll ich das denn machen? Das sieht auch echt eklig aus. Im Plan. Keiner von denen hat jetzt irgendwie eine Karte oder irgendwas dabei gehabt. Ich komme höchstens auf sechs, glaube ich. Ich kann mal versuchen, mich noch zu buffen, aber... Hm. Doch, Erfolg. Oh. Okay. Nein, das war die Tür? Nee, doch. Aber dann bin ich jetzt eine komplette Runde ringsherum. Und wofür? Wofür? Die Hand ist mir. Remy. Hello. Na du. Ich trinke ihn jetzt noch und dann bin ich wieder verwirrt. Ich glaube, dann gehe ich wieder zurück. Also, bis eben lief es gut, aber jetzt bin ich der Meinung, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich lang muss. Das ist zu verwirrend. Viel zu verwirrend. Einfach direkt von vorne bespringen. Ich meine, ich war doch... Egal. 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 Und bei dir sonst so, Remy. Alles in Ordnung? Oder ich kann nur noch gehen, bin ich der Meinung. Na klar. Na sehr schön. Da war keine Tür mehr. War da noch eine Tür? Da war keine Tür mehr. Da war da noch eine Tür. Bisschen Arbeit gehabt. Tut auch mal gut, ab und zu. Ja, ne. Also, nicht zu viel. Denk dran. Nicht zu viel Arbeit. Nicht übernehmen. Vielleicht mal ein Telefonat. Das ist dann auch in Ordnung. Ja, also, offizieller Plan. Ich gehe zurück. Ich habe doch mit ihm gequatscht. Er hat mir doch dieses Dynamit gegeben. Ich habe keine Ahnung, wo das hin soll. Nee, die habe ich schon mal irgendwann abgelegt. Weißer Waffen. Kriegen mir eh nichts. Da. Oder nicht? Das rand ich wieder runter. Hätte ich die vielleicht ein bisschen umgehen können, kann das sein? Oh. Naja, egal. Das war eine der Türen, die ich hätte nehmen können, um einfach hochzukommen. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hinsehe. Aber das ist doch eindeutig der Tower. Ich muss doch noch ein paar Etagen nach oben. Ich check's nicht. Flieg! Wie sieht das eigentlich? Ach, ich kann gar nicht gucken, wie es anders aussieht. Doch, Manno. Hä? Ich bin fest. Ja, ich habe keinen Plan mehr. Ich mache einfach wieder aus. Von Auge, das hat mich schon zündet. Ich muss noch mal eben alles absuchen, dass ich nicht irgendwo was vergessen habe. Vielleicht ein offenes Fenster übersehen habe oder irgendwas. Ja, einfach weiter hoch. Du sagst es so leicht. Bei der Ecke guckt man auch nicht hoch. Ich kann auch mal hier oben. Ich bin schon mal hier oben gucken. Bist es wieder zu blöd heute. Sag mal! Wirst du so freundlich? So, hier ist alles zu. Das hier ist eh irgendwie kaputt. Ich habe ein bisschen Sprengstoff. Aber die Türen da unten sind auf jeden Fall kaputt. Die kann man nicht nehmen. Also mich würde es jetzt wundern, wenn doch noch eine von den Türen aufgeht, aber ich denke mal nicht. Ha, hör auf zu kribbeln, Nase. Viel besser. Einfach rausniesen, wenn es kribbelt. Ich häng hier fest. Danke. Und oben ging es wieder nach unten. Wie war es schon im Spiel? Ich habe doch bisher mal jeden Weg gefunden. Na, so mal. Okay. Ich mag mich heute aber auch jetzt nicht mehr mitspringen. Ja, ja. Der gut alte Disco-Server. Oh, der Mond. Sieht so cool aus eigentlich. So cool. Wie sie sich Mühe gegeben haben, dass die Häuser einfach im Nebel verschwinden. Sieht so voll im Mond. So muss das. Ich bin auch der Meinung, dass wir eigentlich erst eine Nacht alt sind, oder nicht? Es war doch nie Tag oder so, bin ich der Meinung. Also vielleicht haben wir mal ein bisschen geschlafen zwischendurch. Das war doch nie Tag oder so. Und hier ist wieder zu. Und dann ist wieder die Treppe. Also die Tür von dem anderen Raum. Das ist mir gefühlt schon. Ja. Das würde ich doch meinen. Ist doch alles ausgeleuchtet. Also da oben geht es ja auch noch weiter. Aber wie komme ich denn da hoch? Kann ich mir die Leiter da hinschieben? Nee, oder? Also das wäre jetzt ja wirklich schon... Uiuiuiui. Das wäre ja... Das wäre ja jetzt noch ein richtiger Aufwand. Ich kann die nicht nehmen. Ich gehe wieder runter. Aber, aber, aber... Da geht es ja noch weiter. Sieht irgendwie lifty aus. Ja, aber ich habe noch nichts gefunden, was man irgendwie benutzen könnte. Oder doch von unten? War das dieses kaputte Ding? Was ich so in... Insel ignoriert hatte? Oh mein Gott. Was? Am ich Explosives? Was? Was? Äh, ja gut. Okay, viel Spaß. Tschüss. Ich bin ja mal weg. Warum? Muss ich das noch nach oben schicken? Oh, wait, 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 wait. Ich werde früher drücken sollen, oder? Was ist das eigentlich weg? Was ist das denn eigentlich weg? Ach nee. Ich habe immer von der einen Seite geguckt? Ich habe immer von der einen Seite geguckt und dachte, was ist das für ein kaputter Schacht hier? Das ist doch alles kaputt hier. Das ist doch alles kaputt hier. Äh, hier war schon alles leer, ne? Trotzdem muss ich noch mal sneakier sein. Ich dachte jetzt ernsthaft, ich muss auch die Leiter rüberschieben, ne? Ich kann ja schon mal einen nach oben. Oh, ich fahre ein bisschen weiter nach oben. Ich wollte noch aussteigen. Ich wollte noch aussteigen. Nein. Okay, nochmal. Ah. Ach, Manno. Nochmal. Nochmal, nochmal. Aber es ist so weit explodiert. Ich hatte doch vorhin noch eine halbe Minute Zeit, oder so. Boah, ich dachte, der ist zwischendurch angehalten. Ach, was weiß ich denn. Ist so jetzt vorbei. Ist vorbei, ja. Gut. Ich werde schnell hinlegen. Tschüss. Moment. Ich glaube, ich muss mit, oder? Kommt der wieder runter? Schickt mir den wieder jemand runter? Ach, hier. Das ist ja praktisch. Einfach mal ausgeräuchert. Ja, okay. Ist ja witzig. Da haben sie es einem ja schon ein bisschen leicht gemacht. Weil ich meine, warum sollte man das nicht mitnehmen? Es lag ja direkt um die Ecke. Nicht, dass einer überlebt hat. Mal kurz speichern. Den Deckung gehen. Ganz wichtig. Was? Also ja, ne. Eigentlich ist er nur so ein normaler Aufzug. Aber trotzdem. Ich habe den nicht gesehen oder erkannt von unten. So mit den kaputten Fahrstuhl nebenan. Sah für mich halt auch aus wie einfach so Schrott. Sind jetzt alle tot? Da ist ein Fahrstuhl. Ja, gut. Ich habe mich bestimmt auch vorbeischleichen können. Aber warum nicht? Ist ganz nett. Schleiche ich trotzdem. Wo will ich denn hin? Die Auswahl? Oh, oh. Schon komisch, dass so ein toller großer Turm so grottige Stockwerke hat. Ja, die sind halt so am Bauen, ne? Ja, aber es gibt ja auch noch sechs oder so. Ein siebter. Was ist denn die siebte? Ich habe da mal geguckt, wie hoch das Ding ist. Das komme ich ja nie an. Die Populienaufzug. Ich hoffe, das heißt 70. Also. Was ist das denn? Wer baut denn... Ich frage nicht nach. Ich frage einfach nicht nach. Es sieht wirklich nicht gut aus, ja. Aber ich frage mich trotzdem, wer jetzt extra eine Treppe durch den ganzen Raum baut, um die dann auf die andere Seite hinzupacken oder so. Chronisches Speichern-Problem. Ich habe das jetzt im Blut. Lacra halt. Ja. Der hat es nötig. Ich bin so schlecht für U9 sogar. Ich weiß nicht, ob ich das mit einem Buff hinbekomme. Ich glaube, da kriege ich nur noch acht gelöst. Failed. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich habe gleich wieder Lade. Ich brauche mein Blut. Im Schluss kommt gleich der große Kampf. Und dann geht es erst eine Stunde los. Also ich gehe davon mindestens so 40 Minuten. Wollen wir noch... Wer schießt denn hier? Wer schießt denn hier? Hat sie nicht gesehen? Ach nee, was? Female. Hat der hier so krasse Vampirjäger noch oder was? Ich dachte, es ist ja Lacra. Oh, der hat mich gesehen. Bitte, hören Sie auf mit Schießen. Okay, der hat krasse Jäger orientiert. Moment, habe ich jetzt irgendwas vorheriges noch geladen? Was älteres? Nee. Nee, nee. Das ist das letzte, ne? Finger weg von der Tür. Ach so, ist eigentlich egal. Eigentlich ist egal. Mach halt. Ja, was ne Scheiße. Guck mal, da stehen die ja. Kann sie sogar durch die Fenster sehen. Ehh. Die ballern durch die Fenster. Warte wieder, bis sie sich beruhigt haben. Die sind nicht so blöd. Das könnte nochmal ein bisschen Ärger bedeuten. Was ist die Tür zu, Mann? Die sind nicht so blöd. Was mache ich denn jetzt? Die sind ja gar nicht so blöd. Ein paar haben sich jetzt beruhigt. Das sind so f-f-fuck viele. Ich glaube, das ist gut. Die werden sich wieder beruhigen. Ich würde mich einfach mit Keime anlegen. Dann passt das. Aber da sind noch so ein paar Elite-Vampire. Warum musste ich dann immer jahrelang für ihn ja die Drecksarbeit erledigen? Also in dieser einen Nacht. Oh shit, oh shit, oh shit. Dabei ist das Licht halt auch gar nicht so hoch, ne? Also. Oh fuck. Jetzt töte sie sich doch bitte. Ganz kurz ging es. Ganz kurz. Und in dem Moment habe ich scheinbar nicht gedrückt. Ach, Mann, ey. Mann, das war doch mal hart. Ich rutsche schon wieder runter, oder? Wobei, die Kamera ist hoch eingestellt. Ha. Kamera ist schuld. Da. So. Auf mich. Dann kann ich weiter runterrutschen wieder. Ja, so ein Mist. So ein Mist, so ein Mist. Ist er hier wieder drinnen? Ne. Aber ich möchte hier ran, glaube ich. Oh, ja, bitte. Komm schon. Wofür habe ich denn... Hit the lights. Ach, hit the lights. Oh, sorry. Sehr schön. Viel besser. Viel besser. Danke. Danke, 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 danke. Also das wird es jetzt wieder einfach machen. Denke ich mal. Weil Vampire können natürlich im Dunkeln auch nichts sehen, ne? Ist halt so. Siehste, einfach an ihr vorbeigelaufen. Alles entspannt. Das hier ist die Vorratskammer. Da wollte ich, glaube ich, nicht hin. Nein, lass mich raus. Sie steht im Dunkeln. Oh, ja. Hier ist niemand. Oh, ist es lecker, ein bisschen. Wo will ich denn jetzt hin? Ich sehe ja kaum noch was. Späuchere nochmal. Dass mir gleich einer reinrennt. Du legst dich jetzt fein hin. Na, das ist doch mal was wert. Guck, ich gehe wieder. Ich glaube nicht. Wobei, ich glaube, Auspex war das. Aber ich habe das nie groß verwendet, weil ich nicht gesehen hatte, was es mir bringt. Aber ich meine, noch sehe ich ja eigentlich das Größte. Ich weiß halt nur nicht, wo ich hin will. Was ist denn der Mond? Da komme ich her, ne? Ja, da ist sie. Nur in den Kreis gelaufen. Ah, ich habe jetzt eine Mannschaft von blöden Leuten, die Fragen stellen hinter mir. Was? Es ist nur auf Twitch so dunkel. Ja, also es war gerade schon wirklich sehr dunkel, aber... Ist jetzt ernsthaft hinterher gekommen? Tschüss. Sieht ja schon gut aus. Letztester Killmatic. Möchte ich mir aber vielleicht einpacken. Auch wenn die vielleicht nicht viel Schuss hat, aber ich glaube, ich werde mal so eine... Äh... So eine Mistwaffe wegpacken hier. Ist das da so ein Crossbow? Killmatic. Es stimmt, eine schöne Automatic. Also man hat halt so ein paar rote Lichter gesehen, so ein bisschen Exit, ne? Das hat mir eigentlich gereicht, muss ich ja sagen. Klingt schon mal nicht schlecht. Hört sich tödlich an. Hör diese Trottel. Ist er jetzt im Fahrstuhl? Hey, komm doch wieder raus! Der hat ja auch mal wieder die andere Waffe. Schade, ich dachte, die anderen hätten vielleicht auch die Waffe. Ich hätte vielleicht mal speichern sollen. So clever da reingeschlichen, aber na gut. Ah, ich darf noch mal. Noch mal ein paar Sekunden Ruhe. Jetzt werden doch jetzt noch ein paar hübschere Etagen kommen, als jetzt so die baufällige Etage und das weiße Marmorhaus. Also, bin ich jetzt schon ein bisschen enttäuscht. Oh nein, es ist Bärbel. Also, es ist Mann. Oh shit. Ich hänge fest. Wo ist er denn jetzt hin? Ich glaube, das verwirrt ihn so ein bisschen, wenn ich hier stehe. Das verwirrt ihn ein bisschen dolle, glaube ich. Oh, nee, jetzt hat er mich getroffen. Jetzt hat er mich irgendwie doch erwischt. Oh shit. Ah, okay. Irgendwie, auch wenn er da oben aufkommt, er bestimmt. Der Sheriff. Hey, wiss, wiss, wiss. Ah, das war jetzt zu langsam. Ist jetzt wieder unten, jetzt ist er wieder oben, sag mal. Junge. Ich bin ein bisschen auf die Nerven. Mein Blut kommt zurück zu mir, sehr schön. Der ist eigentlich tot. Ja. Nein! Wieso fliegt der denn jetzt? Was? Nein! Nicht die zweite Runde, nicht die zweite Runde. Speichern. Oh Gott, ey. Ich glaube, das ist ja genau nur der Handlanger. Danke, Remy. Ich habe mir ein paar Pakete geholt, ja. Darf ich mich in der Ecke verstecken und die Allerien des Vieh? Ich habe mich noch nicht erholt. Au! Au! Chirubteran Behemose. Okay. Also alles Geld, was ich hatte, habe ich gleich noch für Blut ausgegeben. Ich habe leider auch sehr viele Munition gekauft, was ich überhaupt nicht gebraucht hätte. Das ärgert mich am meisten, weil ich habe nur ein, zwei Blutaufladungen und ich dachte, die brauche ich für den Endend-Boss? Also ich muss echt gucken. Oh, warte mal. Ja. Ja, geil. Ich kann die Dinger benutzen. Irgendwann etwas herausgefunden. Dieser Tod war nicht umsonst. Aber die anderen, die folgen werden. Okay, also ich habe auf jeden Fall jetzt nicht so lange gebraucht durch den Tower bisher. Das ist schon mal gut. Ähm. Beweg dich, beweg dich. Ich habe mein Blut nicht bekommen. Au! Ah, ist das nervig. Ich habe mich direkt mal heilen. Ne, ich habe hier nicht so viel gutes Blut. Benutzen. Benutzen. Der wäre schon länger über... S-Maximum drüber, wisst du? S-Maximum? Ja gut, aber... Ich wollte gerade sagen, also ich habe einen Grund, warum ich den Discount dann nicht habe. Zeitlupe! Au! Du Arsch! Was ist denn los mit mir? Beherrsch dich mal wieder. Ja, die sollen mal auf den schießen, wenn sie das ja irgendwie Schaden kriegt, aber... Oh, der ist jetzt schon tot. Oh, der war auf einmal vor mir. Gut, der ist auf jeden Fall weg. Ich weiß nicht, ob wir noch mal nachkommen... ...organisiert, aber ich heile mich zumindest gerade. Das ist gut. Ja, da hinten ist schon wieder ein neuer. Ach, Mann. Äh, ich wollte mich heute was ausnutzen, oder? Ich gehe mit dem Lichtern? Hey, du Arsch! Versteh, das kackt noch nicht so richtig. Der andere ist auch tot. Nein. Sag mal, leck mein Spiel, was ich dir so fliege. Das Blut habe ich nicht zurückbekommen. Ja, geil. Also, keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Und der macht halt auch immer... Okay, gut, da kommt zumindest ein Typ, der nochmal mitkämpft. Oder reparierst du jetzt die Scheinwerfer. Was hat der mir hinterher? So eine Kecke! Lass mich! Ich bin hier nicht die Gefahr. Ja, der war halt echt zweimal gestunnt, ne? Oh, hier ist ein Aufzug! Kann ich einfach vergehen? Shit! Ist abgeschlossen! Die machen das ohne mich, oder? Ich meine, die spawnen doch alle so ein bisschen nach. Und dann passt das. Ach, Gott. Habe ich unendlich Schüsse? Ich glaube ja nicht. Nicht wirklich. Aber ich mache halt keinen Schaden mit denen. Was ist halt das Schlimmste daran? Und die stehen auch noch im Licht, ne? Also, wenn ich die Scheinwerfer vielleicht wegmachen könnte, die Kleen? Habe ich jemand gefunden? Ich habe mir halt viel zu viele Sachen gekauft, auf jeden Fall. Oh, ich bin quasi tot. Ja. Ah. War das so gut? Ich weiß ja nicht. Wofür habe ich ihn denn jetzt gestand? Ich dachte, das könnte man häufiger machen mit den Lichtern. Guck mal, da kommt er halt runter. Das nutzt auch Leute, dass sie ihn anschießen. Au. Ah, Mann. Jetzt stammt er mich noch rein hier. Ich hab mich mal hin. Nein, der liegt da schon? Momentchen, ja. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich kann ihn nicht nochmal runterholen, oder? Muss ich den Kampf nochmal anfangen? Ich versinke auch gerade in der Dunkelheit, ne? Ah, guck mal, Lichtern machen. Ach, nee. Wo ist's? Ach so. Das ist, das zieht hier dazu schon. Okay, dann, äh, das da? Gebt mir noch ein paar Minuten. Ich will noch einmal sterben, dann mach ich euch Lichtern. Au, 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 au. Ja, doch. Also, das hat sich jetzt schon gelohnt, würde ich behaupten. Au. Was hab ich abbekommen? Oh, nein, ich tue jetzt auch noch. Welche fahren? Ach, das Neueste. Okay, ich bin gleich wieder da. Okay, ich bin gleich wieder da. So, da ist sie wieder frisch und erleuchtet und, ähm, ich sitze jetzt wieder vernünftig. Ach, egal, ich lasse es so. Drei Minuten, wenn ich sie da zehn Meter nach unten schieben. Boah. So. Ich will mal auf ein Neues. Auf ein Neues. Licht und so, ja. Meine Haare leuchten echt krank. Ich werde mal gucken, dass sie genau, dass sie erstmal wegrennen. Die sind da auch noch ein bisschen büssig. Oh, der ist schon ein bisschen dolle nervig. Nur so minimal. Au. Und wieder gehauen hat er mich auch noch. Schalt ein. Oh nein, jetzt kommen die auch noch. Ach, Mann. Hau ab. Ich habe mich vorher heilen sollen. Ich glaube, wenn ich quasi diesen Safe lade, muss ich mich heilen einfach. Da kamen Stahlträger angeflogen. Okay. Äh, verpasst du mich dann nicht so als Vampir? Nein. Nein, nein. Das geht schon. Das ist so extra Anti-Vampir-Licht. Ist ja kein Sonnenlicht. Das muss ja so eine Extra-Frequenz sein. Das ist okay. Das hat es halt nicht. Ah, ich mach doch wieder. Ah. Ah. Das ist quasi mein schlechtes Blut. Jetzt haut doch mal ab hier. Nein, nein, nein. Aus. Aus. Au. Nein, der andere kommt auch. Ich habe mich nicht geheilt. Nicht wirklich. Oh, wow. Was war das? Ich bin ja sehr schwer mit dem Fokus heute. Ich bin faktisch tot, ne? Oh. Das ist in Ordnung, würde ich sagen. Ich habe mich ein bisschen geheilt auf jeden Fall. Ja. Ja, ja, ja. Da bist du jetzt wieder... Hat der gerade eine Leiche nach mir geworfen? Direkt nachdem ich mein Spiel gespeichert habe? Oh krass, wieso hat der auf einmal so wenig Leben? Der hatte doch vorher noch so viel mehr. Haben die den tatsächlich irgendwie erwischt? Wukki? Wukki? Also, ne? Ja. Ruhmstehen ist gefährlich, klar. Ich laufe direkt. Ich laufe, ich laufe, ich laufe. Warum hat denn der auf einmal so wenig Leben? Reicht das, wenn ich so einen kleinen töte? Au. Ne, das zieht ihm nichts ab, ne? Komm, 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 komm. Pukki, 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 Pukki. Oh ja, dieser Trottel. Ich komme nun nicht an ihn ran. Jetzt sind doch die Menschen übrig. Und die kleinen. Ne, ich renne, ich renne, ich renne. Ah, es liegt. Hilfe. Rettung. War gar nicht so schlimm. War machbar. Oh, ähm. Speichern. Ich kann doch jetzt nicht so in den Kampf mit ihm ziehen. Ich bleib hier einfach stehen und warte, bis ich mich geheilt habe. Ist das in Ordnung? Ist das ein Plan? Immer gratis heal? Weil ich glaube, das Blut, was ich dabei habe, ist halt schon ziemlich, ziemlich gut. Das würde mich, sollte mich komplett heilen. Naja, weil wenn ich jetzt mit ihm rede, werden wir mal ein bisschen diskutieren, dass alles kacke gelaufen ist. Und dann, dann tötet er mich. Und um dem ein bisschen entgegenzuwirken, möchte ich mich erst mal heilen. Das kann jetzt so ungefähr zehn Minuten dauern. Ne? Oder vielleicht noch fünf Minuten. Ihr könnt gerne jetzt auf Toilette gehen, euch noch was zu essen holen. Noch mal ein bisschen Trinkverpflegung holen. Das ist bestimmt was zu tun. Joa. Mhm. Er guckt sich auch schon um, wo ich denn bleibe. Der perfekte Moment, um jetzt eine Katze zu haben. Coco, willst du nicht kurz herkommen? Nein. Coco. Psst. Hey. Hey, Coco. Wir brauchen Katzenablenkung. Komm, komm hier. Komm. Ah, sie guckt. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass wir uns durch das Gespräch irgendwie ein bisschen Zeit erkaufen können. Oh ja. Oh ja. Coco. Komm. Das nennt sie übrigens Vorbereitung auf einen Kampf. Also, das ist, das gehört dazu. Das muss so. Das ist wirklich. Am Ende kämpfe ich gar nicht gegen ihn. Ich sehe es kommen. Ich stehe jetzt hier zehn Minuten, warte, bis ich vorgeheilt bin. Wir diskutieren fünf Minuten und ich kann wieder gehen. Ananas auf Pizza, ja oder nein? Ja. Warum nicht? Kommt halt auf die rastlichen Pizza-Belag ein bisschen mit an, finde ich. Man kann nicht Pizza, äh, man kann nicht ananas mit einem kombinieren. Ja, ja, du hast auch deinen Sarg, ist ja gut. Aber du brauchst das, um es zu öffnen. Und ich habe den Schlüssel. Mf. 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 Okay, und ich sagte, Fick dich. Setz dich hin. Oh, mein Gott. For real? Oh, mein Gott. Er saftet. Doch, ich glaube schon. Ich kann den Schlüssel weg, quasi aus dem Fenster schmeißen, nehme ich an? Ich denke, ich nehme den Schlüssel und sehe, was drin ist. Es ist meins. Es ist alles meins. Ich habe gewonnen, dass Angelus sich beugen müssen. Okay, wir werden uns einfach drei Enden gleich angucken. Das war jetzt einmal doch der finale Fight dann. Also, erstmal schmeiße ich ihm das Ding hin. Er kann das Ding öffnen, wenn er es nicht kriegt. Aber... Bin ich ein kleiner Junge, ja. Pfft. Oh, krass. Wie er immer noch auf dem Boden flutet, ne? Pfft. Oh, krass. Wie er immer noch auf dem Boden flutet, der sie in die He hacen sind, 大丈夫. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. Poe krass. Wow, krass. Oh, krass. Oh, krass. Uh, krass. Oh, krass. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020